Wiederholen. Sieberaleitel. Ja, Sieberaleitel. So heißt diese Stelle, wo das Zeugs runterkommt. Ja, richtig. Ha, ha. Und der Berg selber heißt Stanzi-Würzen. Um das richtig zu sagen. Und da gibt es schöne Edelweiße da oben. Eine Edelweißart, die eigentlich nur da oben gibt. Also ich habe noch das Edelweiß, was es da oben gibt, habe ich noch irgendwo anders gar noch nicht gesehen. Ja, ja. Und da außen, da sind da viele Edelweiß. Da sind auch viele Edelweiß. Auf der ganzen Wiese? Ja, auf der Wiese nicht. In Pfälzen da. Im Pfälze drinnen? Ja, ja. In Pfälzen außen, da sind viele Edelweiß. Und der Schöneck. Ja, ja. Das darf man gar nicht groß sagen. Ja, ja, ja. Das ist... Nein, aber hätte es noch ein paar Beine mit Edelweißen. So ist es. Ja, im August sind sie eigentlich recht schön in der Blüte. Da habe ich schon schöne gesehen. Ja, schon, aber im Juli sind sie am besten. Juli. Ja, das kommt drauf an, wo das Vorkommen sitzt. Und ob es trocken ist oder viel regnet oder schattig, wenn es nass und schattig ist, dann gibt es recht lange schöne Edelweißen. Ja, ganz länger. Was hast du mit deinem Rucksack gemacht, Florian? Ja, da ist auch zwei Bier sind kaputt geworden. Ja, wie das? Das ist doch nicht der Scheiß. Nein, weil ich habe ganz drunter, weil die Schweinssachen durch einmal drunter hinein. Ja. Und da habe ich aber, was du denn, wie viel draufgeladen gehabt? Ja. Äh, übrigens, hast du eine gute Waschmaschine. Ich habe meinen großen Rucksack in der Waschmaschine gewaschen. Das wird gut. Dann nehme ich eh sonst viel nix her. Also... Ja, mit 30 Grad rauswaschen oder bisschen Waschpulver dazu. Ich glaube, wir haben auch die gleiche. Das hat ja kaum Trage gestellt. Ja, ja, ja. Ja, da ist das gleiche, da ist das gleiche. Schön, 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 frei. Wir haben eine ziemlich dänliche Kamera. Ja, von Sony. Sony, ja. Das ist doch die gleiche. Ja, wahnsinnig. Ja, ist die gleiche, ja. Das ist die gleiche. Ja, meine ist RX103. Ja, meine auch. Deine auch. Steht hier RX103. Oh, so ein Zufall. Das ist gut. Das ist aber gut, die Kamera. Ja, die ist gut. Das ist wirklich. Kann man schöne Filme machen. Ja, ja, ja. Ich tue... Ja, alle Kamera mit, ja. Ja. Die Mama, wenn du da einen Salat machen kannst. Nein, da machen wir schauen. Nein, da machen wir schauen. Sieht man hier raus, wenn man dringt? Oh, ja. Ja, die ist jetzt da draußen. Ja, aber müssen wir unseren Platz da machen. Ja, da war's. Ja, da war's. Ja, da war's. Ja, ja. Ja, da war's. Ja, da war's. Das ist ein Plastikbelast. Shira. Shakira. Wie heißt er? Shakira, gell? Inner Sheeva. Ach, Shiva. 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 Shiva ist doch eine indische Göttlichkeit, oder wie war das? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Shiva. Der hat einen Namen gehabt, wie er zu uns gekommen ist. Ah, der hat es bei euch gut. Ja, dir geht nichts um. Genau so ist es. Ich glaube, dass der gern mit hochgeht. Der weiß der Weg schon auswendig. Der weiß, wo es hingeht.